Ende April 23. Der erste schöne Tag heute mit strahlender Sonne. Gestartet bei 15 Grad. Am Ende dann irgendwas um die 18. Machen wir uns zu dritt auf den Weg zum Vogler. Haben dann vor den Kammweg zu fahren. Wir kommen insgesamt auf 70 Kilometer und 1340 Höhenmeter. Mal gucken, was der Akku sagt. Ja, bis Brunkensinn haben wir uns gedacht, fahren wir lieber ohne Motor. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, Ortsende Brunkensinn. 7,2 Kilometer ohne Motor. Ich denke so in 300-400 Metern fängt es bei mir an zu suchen. Hoffentlich. Wildschweine aller Länder, vereinigt euch. Wildschweine Super Musik Oh, yeah So, ah I'd kill the cat I would avoid you It would avoid you Okay� with 1969 Haha, yeah 20 km Strecke 400 Höhenmeter Und mit 11% Akkuverbrauch noch gut im Rennen Ausdurchfahrt Holzen Und da haben wir ihn Voller Pracht Das Objekt unserer heutigen Begierde Der Vogler Jawohl, da geht es euch hoch Die Crew Vonmachen Dach Dach Super, das letzte Mal hatten wir blutige Arme. 15% Steigung, 15% Spannende Rettungen So, da bin ich der Präger mit, dann müssen wir hoch. Dann haben wir aber auch weit die Höhe erreicht. Wir sind jetzt auf 350 Meter und das müssen wir halten. So, da bin ich der Präger mit. So, da bin ich der Präger mit. So, da bin ich der Präger mit. Musik Musik Oh je, was haben sie hier denn gemacht? Kann nicht wahr sein! Unser schöner Weg Musik Da ist er Musik 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 So, geschafft Musik 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 Und 28 Kilometer und 31 Prozent Akkuverbrauch. Und jetzt geht es weiter auf dem Voglerkamm. Und jetzt geht es weiter. 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 Schade, dass man nie sieht, wie steil es hier ist. Und jetzt geht es weiter. 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 Was ist der denn hier? Ich glaube so. boah guck mal runter ist das schön ah hier ist der wuderturm hervorragend vom Wuderturm Vogler Trail Rühler Schweiz Rühle mit der Weser und hier ein Blick auf Hodenwerla und da hinten ist der Eid unser nächster Hügel hinten ist mein Kone nach 32 km und Restakku 62% Höhenmeter Höhenmeter 840 haben wir, 500 machen wir noch das ist toll, dass wir diesen Weg hier auch machen können ok wow jetzt ist die Gleichstellung wow 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 Oh 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 Hier ist Mittendorf Da haben wir auch einen Kaffee in der Nähe Ich glaube ich bin in der Nähe Ja Hätte ich jetzt nie gedacht Wir müssen hier links rüber Ja Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir schon so weit sind Ja Gesundheit So Freunde Liebe Leute Wir sind ja Freunde So Freunde Oh Jetzt ich das Getriebe Oh Das geht bei mir mal hoch du Nehmen wir gerade aus Keine Ahnung Matthias Keine Ahnung Matthias Keine Ahnung Matthias Erstmal hoch Und jetzt rechts Und jetzt rechts Ja Wengel Ja Na Das geht Doch Du Du Ja, so schön wie beschrieben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dafür hat sich der Aufstieg gelohnt. Klasse! 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 Wir fahren unten weiter und kommen auf den Weg auch wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, jetzt gib mir mal einen Tipp. Spotspiel Spannung. So, 1000 Höhenmeter sind voll, 41 Kilometer. 53% Restakku, mein lieber Scholli. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020